Willkommen zurück. Wir spielen immer noch Uncharted. Oder endlich mal wieder, besser gesagt. Ich hatte nämlich jetzt schon eine etwas längere Aufnahmepause. Und wir werden uns jetzt einfach mal hier raufsetzen und Gas geben, oder? Ah ja, das... Kann schwer werden. Ach Gott. Die Dinger müssen wir ja hier auch entfernen. Ich hatte nämlich mal den Fehler gemacht und hab die einfach liegen gelassen. Das ist nicht so prickelnd. Das sollte man auf keinen Fall machen. Aber die Typen, die können auf jeden Fall weg. Hau rein. Ah, wie das geplatscht hat. Oh shit. Lässt dich auch ganz schön ließ steuern, um ehrlich zu sein, wenn du denn die anderen Typen da hinten alle noch weghauen sollst. So, innen sind wir schon mal los. Aber den Typen da. Yay. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir lang müssen. Hier auf keinen Fall. Boing. Aber hier kann man die eigentlich looten, wenn die im Wasser blieben sind, ne? Okay, ja, das Ding ist schon mal weggehauen, auch da oben. Haben wir ihn erwischt? Ja. Schönen Sie denn? Die Dinger nehmen wir auch mit. Und da liegen schon wieder welche. Die müssen auch alle provisorisch schon mal entfernt werden. Hier schießt wieder irgendwo einer. Wo ist der Typ? Da. Tschüss. Sonst noch irgendeinen Wunsch hier? Oder nicht sein? Nein. Die Dinger müssen auch irgendwie weg. Hier schießt schon wieder irgendwo einer. Aua, 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 aua. Oh nein, ey, das ist ganz... Ey, das ist richtig mies. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, Alter. Ich kann wenden, jetzt trifft er mich hier hinten irgendwo noch. Wie lange wir auch brauchen, um zu heilen. Ich bin feierlich. Ich wollte eigentlich so ein bisschen nach links rüber und dann ausweichen. Aber den schießt einer von rechts. Und der trifft mich natürlich volle Sonne. Da ist der Typ. Tschüss. Aber hier ist noch irgendwo einer da. Die treffen einen immer schon von sonst wo. Oh, 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 Digga. Der muss entfernt werden. Das wird hier alles zu knapp sonst. Hier schießt doch noch irgendwo einer, oder? Ist egal. Okay, wir fahren einfach mal weiter. Da oben. Tschüss. Hier sind wir los. Das soll ich haben... Oh, shit, hier. Tschüss. Der hat ganz woanders hingeguckt. Beim Nachladen nehmen. So, und... Gas gegen... Was war das denn für eine Aktion? Was ist es? Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich hab mal was gelesen über einen verfluchten Inka, Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich mein ja nur. Hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Ups. Warte. Oh, rückwärts zu fahren ist voll für den Arsch mit dem Teil. Danke. Alles klar. Die Mission haben wir also schon mal... Dort kommen wir mit dem Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Auf jeden Fall. Ich warte hier. So läuft das doch immer ab, wenn man nicht zu zweit loslaufen soll. Dann sagt immer einer, oh, ich warte hier erstmal. Au. Echt? Ich bin Arsch hier. Dass die einen immer treffen aus solchen Winkeln. Dann. Hier Stück. Erstmal ein bisschen in Sicherheit gehen. Wir wollen auch nicht, dass der Typ uns einfach so... Ach, schade. Stand er natürlich zu weit weg, hab ich mir schon gedacht. Aber trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, das Ding. Einfach mal. Umzuschießen. So, hier, komm her. Das nehmen wir mit. Schon wieder einer. Eigentlich hätten wir sie jetzt umschießen müssen, war... Aber okay, wir hauen die einfach mit einem Headshot weg. Ey. Hier, komm, fang auf. Oh, oh, die haben auch einige Wochen wusste, die hingegangen. Haben wir was? Gut. Jungs, übertreibt er noch gleich so. Oh, ich muss hier weg. Wow. Wow. Das war mies, ey. Voll in den Rücken geschossen. Da denkst du dir auch... ...unfassbare Schusskünste, die die hier... ...drauf haben. Wollte gerade sagen, jetzt lasse ich das Ding da hinten einfach stehen, aber das steht gar nicht mehr. Voll für den Arsch. So, den sind wir schon mal los. Au. Wie er sich da einfach daneben... Ach doch, da steht's. Wie er sich da einfach daneben hinstellt. So, ganz locker. Haha. Da hat bloß noch der Dings-Schrei gefehlt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Dieser ganz berühmte Schrei. Hier, komm. Shit. Da ist irgendwo noch so ein Depp. Wie hast du das überlebt, Digga? Jetzt nimm mir doch mal. Ey. Komm her. So, tschüss. Ich hole ihn dir. Ja, komm mal her und hol mich. Kann ich dich gleich besser treffen. So, komm mal her hier. Schmeißen die erstmal ne Granate rein. Nein. Schon besser. Da oben ist irgendwo der Babo. Den müssen wir... War er da schon? Gut, erstmal schießt keiner mehr. Dann tippen wir jetzt einfach mal darauf, dass es das schon war. Mit ihm. Munition. Alles schön mit mir. Ja, das war mir klar. Oh Gott, ey. Oh. Das ist mies, ne? Du gehst einen Schritt zu weit und auf einmal kommen sie aus fünf Ecken gefühlt gleichzeitig. Oh, was? Ey, dieser Speicherpunkt ist sowas voll für'n Arsch, ne? Das kann ich hier mal ganz krass erbinden. So, du bist weg. Du bist auch weg. Nein, bist du nicht? Natürlich nicht. Du bist jetzt aber weg. So, komm her. Bam. Wir machen gleich mal nen Abflug. Du bist da nicht weg. Du bist auch weg. Na lang. Komm her. Digga, du bist hinüber. Alter. Gefühlt gucken die einmal um die Ecke, schießen sofort gleichzeitig und treffen natürlich auch volle Sonne. Digga. Das gibt's doch nicht. Hier, fang auf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. Hier nehmen wir natürlich Mill. Und. Warte. Ja, genau. Darauf hab ich gewartet. Alter. Natürlich kommt von unten auch noch irgendein Hampelmann hier. Shit. Das ist jetzt ein wenig ärgerlich. Aber wir heben einfach das Ding hier auf und dann ziehen wir ihm einen Scheitel. Das brauchen wir. Da ist er. Da ist er. Komm her. Zeig dich. Ja. Alles daneben gesetzt. Das ist auch richtig gut. Ey. Oh, toll. Komm her. Haben wir ihn umgehauen, oder? Da ist einer. Der ist down. Boah, was, 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 was? Alter. 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 Ey. Dein Ernst? Ey. Waren wir hier schon? Oder sind wir hier noch nicht gewesen? Äh. Wisst ihr was? An dieser Stelle beende ich den Part. Wir machen es im nächsten Part. Und probieren einfach mal, ob wir es dann hinbekommen. Vielleicht bin ich jetzt einfach nicht gut drauf. Oder mal wieder nu. Aber ich denke, im frischen Part kriegen wir es dann auch hin. Hoffe ich mal. Oder wir verplämpeln zehn Parts dafür. Jedenfalls beende ich das Ganze hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal. Ciao. Ich bin jetzt hier.